ich habe echt Respekt vor denen muss ich jetzt sagen weil wenn wir nur ein davon brauchen der muss sind dann müssen die ja richtig hart sein und das ist eine sehr gute Axt das ist eine richtig gute Axt weil die hat nämlich schön viel Aus nee ja Aus und Gäste aber Stärke wenn jetzt auch nochmal 38 Stärke hätte dann wäre sie OP richtig gut wäre sie wäre richtig geil wenn wir eine Karte finden dann muss ich die nicht erfahmen what the fuck das sind Vierbeiner holy shit Oh Gott des Willen Gut 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 Friesen 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 hat nicht geklappt aber ist okay Gott er hat uns nicht gehütet oh mein Gott er hat uns nicht gehütet gut er macht uns jetzt dauerhaft alter brennen ist ja heftig das ist ja richtig heftig eigentlich sag mal so das schaffen wir es sollten eigentlich schaffen wir jetzt kein Crit macht und uns one hittet what the fuck die Schuhe sind richtig gut die Gladi Schuhe alter ja man muss ja auch richtig Glück haben mit den Hemmern ne das ist ja alles Zufallsprinzip weil das Ding ist halt ich habe mein 115 ersetzt habe ich halt geupt ich habe das glaube ich vorher gehabt ich weiß es nicht äh habe es leider tot gehämmert das Ding ist halt würde ich auch so gute krasse Statuswerte haben auch über 50 aus und jetzt dann würde ich auf jeden Fall keine Bedenken haben ne aber so gesehen können wir machen 1 vs 1 oh mein Gott was ist das oh mein Gott what the fuck was wie geil ist das denn dann machen wir auch noch einen wir machen aber erstmal hier die 500 Millionen heiliges was what the fuck oha das ist aber oha ja das ist ja mega geil es gibt ja 5% ja locker 5% oder ne nicht ganz aber das bringt schon uns ordentlich weiter in Richtung warte mal ähm wie heißt die Quest eine andere Art ach ist egal wir werden das schon mitbekommen irgendwo also das ist ja schrecklich mit dieser Ecke hier das feiere ich ja richtig dass man da von Z-Teile bekommt jetzt gucken wir nochmal also wenn wir jetzt oh das wäre so geil das wäre so richtig gut ich weiß gar nicht ob das ein gutes Z-Teil ist besetzte Rescuerhose Verteilung ist mehr Auszüge Neuigkeit und Ausweichen ist gar nicht mal so schlecht vor allem Scharfschütze oh mein Gott das ist ja richtig geil voll gut da freue ich mich ja richtig gerade so sehr 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 schön oh das ist ja nice ja nice 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 äh gut dann machen wir jetzt folgendes wir werden versuchen ihn zu freezen beim ersten Mal ist es nicht geklappt beim zweiten Mal vielleicht tatsächlich hat es beim zweiten Mal geklappt sehr schön ich finde der Aston ist sehr dicht bei uns ich finde die Ecke ist auch ein bisschen verbuggt ne also ich habe das Gefühl das ist echt schon richtig schön verbuggt nur ein Slowman wie immer machen die nochmal ordentlich Damage mal gucken wie viel naja geht so ein Hauch ein Müh so wenn er jetzt keinen Branden macht dann kann ich mir vorstellen dass ich das jetzt so mache weiter das ist ganz normal ja okay er hat jetzt Branden gemacht das ist ein feiger Hund gut wir sind auch feiger aber wir müssen das ja machen scheiße so dass er länger was davon hat bleibt er da drinnen und nochmal magie Explosion oh wer das das wäre also dann dann hat man ja wieder hier was ich weiß nicht ob die Rüstungsteile gut sind kann ich mir nicht weiß ich wirklich nicht aber wenn man sowas hat warum denn eigentlich nicht man kann das ja mal versuchen zu verkaufen man kann ja mal kurz vergleichen ob es irgendwie anderweitig wenn es Gesettteile gibt oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott holy shit oh das ist ja geil da freue ich mich oh man da freue ich mich richtig gerade oh nice oh geil wir sind dichter an unserer Rüstung weil ich finde diese Teufelsrüstung äh der Hut sieht schon alleine richtig episch aus so wir brauchen noch vier Astrons dann gucken wir mal ob Albi da ist vielleicht können wir auch ein bisschen mal Albi äh wir kämpfen das wäre auf jeden Fall eine feine Sache guck mal der Handwerksmeister was macht der denn hat der was drauf boah der hat richtig was drauf pass auf du bist von einem alten Mann äh geschlagen aha oha der macht ja ganz schön viel Krawall gut wir machen einfach nochmal einen oder war das ist das so selten dass man davon Rüstungsteile bekommt weil dann würde ich das ja das wäre ja mega ja jetzt bin ich ein bisschen übermütig muss ich sagen ähm ähm ich glaube die gibt auch ordentlich Erfahrungspunkte die Astrons zum Glück habe ich das vorher nicht gemacht zum Glück habe habe ich auf der Questliste geholfen äh gehört und in der ne was schon so wisst ihr was richtig ärgerlich wäre wenn ich vergessen habe die Tonaufnahme zu starten oh mein Gott oh mein Gott what the fuck alter oh wie cool oh verteidigung ist deutlich besser warte mal wir müssen mal gucken wie das aussieht ja Pferdekopf das ist jetzt schon echt what the fuck das sieht richtig stark aus oh da freue ich mich aber Mensch nice also ich finde hier kann man irgendwie ganz gut Z-Teile farmen was ich irgendwie ulkig finde weil es glaube ich nicht Sinn der Sache ist glaube ich ich frage ich kann mir ich weiß auch nicht warum warum die das droppen aber ich sag mal so gibt ja ordentlich Erfahrungspunkte oder wir können da mal gucken was ein Astron gibt an Erfahrungspunkte wenn schon ein Astron äh 100 29.000 oh nice zwei Z-Teile bei 4 Mops 4 Mops ja das ist eine gute Ausbeute kann man so kann man ruhig schon so sehen so ähm ich glaube aber ohne Amus das ist schon äh ein bisschen schwieriger so und da haben wir noch einen kommen die machen wir mal schnell ach verdammt verdammt das war blöd okay ich hab's nicht gemacht sehr gut jetzt mach ich's aber und schade hat nicht geklappt man dann